Ja, herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Far Cry Arcade, Mitarbeiter Fanggeber, und zu Zombies Survival. Töte alle Gegner, na dann. Angriff ist töte alle Gegner, ist ein leichter Spiegel. Amil, nur Dornenschläger. Amt, der hat gar nichts. Nein, ich hab's Deal. Okay, töte alle Gegner. Wo bist du, du bist da. Ich bin da. Aber Geld macht die Map, so... Ah, da kann man schleichen, Bissi. Ah, schau mal, da ist doch snipen und alles. Und Waffen... Oh, Flammernerver. Du, du bist entdeckt? Ich wurde entdeckt? Na warte, da passiert was. Das sind unsere. Warte, nein, das sind unsere! Das sind unsere? Ja, hast ja kein... Du bist ja nicht entdeckt. Da kommen wirklich Zombies! Was? Was? Alle töten? Ja, alle Gegner! Aber es sind auch keine Zombies. Oh mein Gott, das sind wirklich Zombies? Oh! Ah! Sorge einfach, du brauchst nur drauf pötzen. 100 32 lebt noch ich will den körper nicht nehmen gleich dich ok ich bin dort einmal das ist einfach was er drauf wird ich höre jetzt nicht plötzlich bin ich bin mit einer waffe gegangen hinter die haben wir ja was gefunden total märz dafür muss man eigener sterben berg mit einem Mg auf die Zombies Oh ja da Oh Oh Triumph 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 Hurra Ich hab kein Munition mehr Oh, Granatwärfer Oh, LMG Wie viel haben wir noch? Wir haben noch genug, gell? Ja Oh Gescheißen Schon wieder tot Aber jetzt wird's schwer Da hinten sind zwei MGs beim Haus Hast du eh gesehen, wo wir angefangen haben Ja Jetzt wird's schwer nämlich jetzt Wollte ich zurückziehen sagen Wollte ich zurückziehen sagen Ich geh zum MG Oh 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 Ich sehe da jetzt keiner Oh da Oh 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 Fliegenrude Elf noch Zehn Zehn Wuuu Läuft Läuft Stufe 8 Ich auch Ich auch Stufe Ja Gefällt mir ganz gut Na 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 auf zum nächsten Was ist das nächste Bunker 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 Oh Das ist das Wurde Von Föber Offen Hat man da nicht Schock Ich 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 Schock das sind auch unsere zum beispiel oder doch nicht ja ha 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 fail und hinter uns flachen wäre für flachen wäre für hinter dir flachen wäre für Ich könnte Hilfe brauchen. Genau, super. Weiter. Der lebt trotzdem noch. Jetzt nimmer. Oh, shit, Alter, was wir da sind. Kann ich nicht wirklich retten, weil der brennt alles. Und jetzt bin ich. Danke. Jetzt bin ich tot. Oh, geht's nicht aus, geht's nicht aus. Nein, shit. Das ist schon ein richtig schwieriger Mensch. Ja, den machen wir gleich nochmal. Die taugt mir aber. Erinnert mich bissl an Bunker von GTA. Von GTA? Ja. Mhm. Gibt's auch Bunker-Missionen. Da gehst du auch in Bunker zu zweit durch und musst die anderen gegnerischen Teams wegkratzen. Ich kenne gar nicht. Ich kenne gar nicht. Es funktioniert aber, glaube ich, nur gut, wenn du wirklich im Teamspiel hast. Bunker nicht in Bunkern. Ich kenne es auch gar nicht so nicht. Ja, man kann ja mal den drinnen. Und nicht mehr so ein rechterkontakt. ich hab das vielleicht leise gemacht, dass die anderen nicht gleich armiert sind oh! heuter! dachtest du bist da lang gegangen? ich bin neben dir gestanden ok so! doch warte, schnell weg 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 ja, renn wir an, das ist so solange das brennt, dann kommt der gern durch oh! kann man es ehrlich zu machen? oder? da geht es nicht weiter, da müssen wir erst in die andere richtung du, ich glaub da geht es nicht weiter tsch wenn du brauchst ich hab genug, ich nehme ihn immer von den gegner Waffen ok vorsichter 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 an viele hinter mich vor, 3 mal in die Korschenkarte war eh schon tot lasse ich kommen den habe ich jetzt auch in die Korschenkarte Der Sniper ist ein bisschen nervig, wot? Wenn der Fall weg ist, gehe ich zur ersten Deckung. Genau so. Höfter Hammer. Passt. Oh. Oh, holly shit. Okay. Aber warte, jetzt komme ich nach. Das ist ja geil gemacht. Oh. Wo war der her? Oh, da war ich. Bitte? Ja. Der ist auf einmal aufgetaucht. Die dort rechts haben einen G, wot? Das war... Nice. Boah. Haltest du den Rücken frei und ich? Ja. Mach den Punkt, der da. Oder ich glaube, den müssen wir weitermachen. Was? Sonst hängt ein Gegner aus hier drin. Hinter uns kommt keiner. Ach du bist das. Sorry. Sorry. Ah, ich habe mich geschreckt. Okay, dann machen wir das anders. Bleibst du da stehen? Und ich lock's hier vielleicht an? Wir nehmen K, soll ich stehen bleiben oder was? Ja, kommt drüber. Na, dann hüpfen wir das nicht drüber. Ich glaube, der muss kommen. Boah, der war neis jetzt. Oh, da kommt uh, viele. Sonst noch. Ich 1, 2. Du auch. Ach, sorry. Na, warte nicht. Was? Was? Sehr schön. Also Bunker ist nice, muss ich sagen. Bunker war sehr nice. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Auch ein bisschen, soll ich jetzt, anstrengender, so herausfordernder. Ja, noch ein bisschen absprechen mehr. Gut, dann machen wir jetzt den ersten Außenbosten, Lost City. Jawoll. Ah, Ubisoft. Mhm. Das heißt, da geht es dann richtig zur Sache. Bunker war jetzt aber nicht von Ubisoft, oder? Nein. Das habe ich jetzt nicht geschaut gehabt. Ah, da müssen wir direkt einmal den Bunker in den Bunker in den Bunker in den GTA probieren. Was jetzt ist, das ist offener, das ist ja nicht so linear wie da, sondern... Das ist wirklich alles offen. So. Oh, Metze, wo bist du? Ja, ich schaue welche Klasse ich nehme. Achso, du bist noch nicht da. Gut. Ah, du hast die Strohfinde genommen, okay. Weil ich eben keine Schallnämpfer gehabt, darum habe ich es nicht genommen. Auf das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geschaut. Das kann man ja vielleicht nicht heim machen. Also ich glaube... Bitte? Das heißt, könnte man halt verschieden und heimlich sein machen. So. Klasse, kann man ja nicht wechseln mehr. Nein. Ich sehe da überhaupt keine Gegner einmal. Echt nicht? Das sind nur viele. Ah, da. Ja. Da. Da. Da oben auch. Uh, der sieht mich fast. Oh, oh. Der rutscht mir ein bisschen zu schnell runter. Da ist auch einer. Shit. Hat er mich gesehen jetzt? Hat er mich gesehen jetzt? Jetzt auf jeden Fall. Das ist Bullshit. Ich bin raus. Das ist Bullshit. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Oh. três noch. Zwei noch. Oder? Wuuuu. Uff This way is not bad Ja war gut, aber für das was wir besucht war irgendwie leicht, ja? Da war der Bunker herausfordernder Aber muss man sagen, Außenposten sind ja nie so, so Vor allem da waren wenig Gegner Ja, stimmt Das ist glaube ich eher die Herausforderung gewesen, dass du das wirklich leise machst Ja, dann machen wir gleich den zweiten Außenposten und dann machen wir die anderen zwei Angriffe Und dann sehen wir sie eigentlich eh schon Mit den ersten Na gut, dann würde ich sagen, das wird eine überlange Länge Äh, überlange Länge Überlange Länge Ja, aber dann kann man sich irgendwann vielleicht das genauer anschauen, welche Sachen man da nimmt Und Ich habe schon probiert, vielleicht irgendwann mal selbst ans Verstellen Das braucht dann viel Zeit aber Wenn ich dann denke, überlege, wie lange der Typ gesessen ist wegen der Bunkermap, Alter Ja, das weiß ich nicht Muss ich das wissen Frage ihn So, wo ist Lautlos Lautlos ist ja eigentlich nur Hitman Hitman, ja Na gut, dann machen wir ein Hitman Aus dem Posten Die 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 okay so der am dach geht aber mir freundlich sieht aber bis unten soll ich von oben runter snipen oder ja du kannst dabei um warten weil ich will nur den namen vielleicht ausschalten probieren das war vielleicht ich weiß ich bin über sie oder so wie da habe ich an warte rennen auf dich zu das war einer der explodiert alarm ist deaktiviert jetzt haben sie mich gesehen glaube ich jetzt habe ich ihn getroffen wo das war nice jetzt habe ich ihn deckt jetzt habe ich ihn übersehen oder kann man jetzt zu mir auf bei der bei dir ja ja kein alarm zwar nicht und bringt aber keine namen war dabei ja das war meine schuld ist unentdeckt dass wir nicht unentdeckt geblieben sind na zum schluss auch machen so dann urban obs wenn die feier keine gesundheitsregeneration was ist mpc mpc markieren unterfolgen aah ups alles ok ja ich bin ein bisschen der kandalle aus der hand geflogen Anzeichen für schwäche Anfälle? Das hält sich, das dockt mir so gut, aber das scheiß Kabel verdutzt sich immer. Was war das jetzt für ein mystischer Blick? FBI Spots, back nice. Gegen. Gegen. Bet's nass. Gegen. Alter, was soll ich denn nehmen? Gegen. Bad Snuts. Sword. Ah, sie sind alle markiert, das heißt das NP. Ah, du, ich glaub das NP-G-Dingster heißt, dass alle markiert sind. Das wird jetzt schwer werden. Hey, da kann man runterkramen. Nino, Nino, Nino. Wie kann man so eine Map bestellen, bitte? Ich bewundere das. Achso, das war positiv gemeint, okay. Warte, wo bin ich da jetzt? Hast du hinter mir noch? Ich warte mal. War ich gerade im Donut gerade? Ja. Das sind die ersten Gegner? Warte, das sind jetzt zwei. Okay, da waren zwei. Okay, da waren zwei. Alter, ich seh da noch keinen. Da ist immer ein Pro-Gamer, Alter. Ah. Das ist ja nicht markiert. Oh, wo bist du jetzt hingegangen? Auf. Du fort? Ja. Oh Gott, das wird schwer. Oh, da ist ein Sniper am Dach. Du darfst aber halt nicht entdeckt werden, das ist... Wir sind aber irgendwie... Warte. Oh, wir sind auf der anderen Seite jeweils. Oh, shit. Oh, ich bin entdeckt. Oh, der ist oben geblieben jetzt. Danke. Okay. Nur nicht übermütig werden. Warte, ich komme jetzt zu dir rüber. Oh, oder auch nicht. Koh� doch alles in den Rechten zu Hause. Weißt du, was war ich? Oh, was ist denn nicht? Ich bin noch ein paar Fehler gemacht. Ich bin noch ein paar Fehler gemacht. Ohohohoho! Woah, ohhhhohohohoho! Ohohohohohohoho! lebst noch nein also ich lebe schon aber ich werde gar nicht mehr viel helfen können ich renne unter der map spazieren das war geil ich habe bei einer tankstelle auf wölz da einfach das war schon eine gute mission bist du schon tot oder was ich bin unter der map ich kann mich da herumschleichen bin irgendwo über eine mauer kopf bin aber nicht mehr zurückkommen bin auf einmal runter gefallen und ich habe nichts mit wo ich mich selbst in die luft springen kann also du hängst jetzt quasi ich bin unter der erde so ich zieh mich da mal ein bisschen zurück vier gegner nur noch dass ich da jetzt keinen blödsinn mache so sorry aber das muss ich jetzt langsam machen bei drei gegnern aber warte ich habe vielleicht ein ausgefunden oder snipe ist falsch mach es langsam ja mach es langsam ich habe ein ausgefunden ich lasse mich jetzt von der seite vor aber mach nicht den sendfehler hüpfe über eine mauer wo es dann nicht weiter geht ok oh da steht geschissen oh das war Gott sei Dank ein normaler so nochmal nach der sniper jetzt war ich gerade da ah missionszell erfüllt boah das war jetzt pro gamer mäßig pro gamer mäßig war das so 400 und an vordergrund das hat mir auch getaucht mit dem SWAT nämlich dass du aufpasst dass du nicht unendlich leben hast bitte retten wir die Folge jetzt mal machen dann weiter ok passt macht es gut bis dann ciao ciao hop 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 hop